so auf zu einer neuen runde jawohl mit fragmente am start ist das das ist ja der der onkel da am mikro oder am anderen ich habe jetzt hier wieder meine superpistole das ist die haare geschnitten aber nicht nicht getroffen dafür hast du getroffen sehr gut ja ich muss auch mit der waffe hier ein bisschen schließen damit ich die anderen freischalte es ist irgendwie hier drin kann das hat der hinweis zu uns ich hätte ja du musst hier irgendwie nach der zombie ich habe die bei der ein single runde die ich gespielt habe hatte ich halt auch das problem dass ich das nicht gefunden hatte da bin ich da rumgelaufen das haben wir jetzt hier gott sei dank hier aufgedeckt aber schnell gefunden können wir hier wieder runter zack so wusste das nächste hier eigentlich gleich lang genau oder kommt ein zombie von wo kommt der ist schon platt gemacht genau super hier gibt es übrigens zum kasten falls du nicht alle slots voll hast ich glaube aber ich würde wahrscheinlich kann wieder nichts tragen erst nachdem ich irgendwie spritze oder so verbraucht habe ich kann dich ein paar mal anschließen genau damit sich das so lohnt genau das ist auch eine weite wasserstrecke hier wenigstens gibt es keine krokodile ja das wäre das wäre auch noch aber hier da kommt schon wieder so ein wasser scheiß assi an schnell weg ich gehe mal hier rüber ins flache so verpiss dich der ist aber nicht widerlich so ich glaube wir laufen geradeaus das scheint ein bisschen näher zu sein da will doch einer von mir gemessert werden jawohl hier müssen wir auch lang sehr schön das gibt wieder erfahrungspunkte das stimmt geh du erst mal durch ich folge unauffällig das gegner dabei sein irgendwo in der nähe sagt weil das leuchtet nicht es hat dem zu komisch gesummt irgendwie genau das ja kann ich auch nur wenn gegen einen lesen so merkwürdig so müssen wir denn lang zumies na jetzt aber weiter wie schlecht ich schieße mal daneben ich auch oh gegner ja hast du gesehen ja ich weiß vorsicht ja doch es hat ihn erwischt oh das ist gut ich sehe ihn aber nicht ich weiß die frage wo ist er jetzt lang gelaufen ne tja ich weiß nicht wahrscheinlich werde ich gleich merken wenn er mir ein arsch hieß wie immer ich denke auch scheiße jetzt so eine situation hasse ich ja schon wieder ja sonst gehen wir einfach weiter ja oh nein was denn feuer assi unter dir hinterher jo oh ja oh shit oh jetzt hat er uns angst ja das ist so ein scheißvieh eh oh ich hasse das so man 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 gerade dieses äh blöde schreien immer ne dieses äh oh das hört sich an echt ich kotzen ah da hast du reingemessert sehr schön ich habe noch mal ein zombie die haare gesteppt trauen oh das ist umgefallen oder ne 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 oh gott nerviger kandidat jetzt aber ja ah ich höre hunde ne ja ich auch oder ah ne das sind die die kleinen kläffer ja scheiße als ich den gegner gesehen habe aber okay da war ich gerade am nachladen da hatte ich auch nicht die möglichkeit äh drauf zu schießen aber es wäre eine gute gelegenheit gewesen tja naja dann gehen wir zum nächsten punkt hier oder ja kann man machen geradeaus oder ja ich folge dir ein jo sweet bell getreide müde müde sehr schön ja wo kommt da an war sehr gut diese nervig sind viel auch sehr schön dann machen wir die mal alle platt hier jo jo das gab ordentlich punkte ach zombie army 4 habe ich mal angefangen zu testen also mal kurz angezockt ja also ich habe da richtig bock wieder bekommen dass wir nochmal zusammen zocken das andere aber ähm was ich sagen muss ey die die ich weiß nicht ob das an meinem rechner liegt die rennt so schnell also ich hätte da so eine protagonistin die war richtig am rumlaufen also ja du bist jetzt das langsame hand gewohnt das kann sein ey ich hab gedacht was ist das denn dass ich noch an remnant erinnern wie schnell das ist ja auf jeden fall so das remnant war auch richtig schnell das stimmt und hier hat man sich schon echt dran gewöhnt so ne am anfang habe ich auch gedacht wie lahm ist das denn so naja ok wir haben jetzt nur noch den schlechter äh und und ja ich wurde von hinten angeschossen ja ich hab auch eben ja ich ja ich ne erwischt gar nicht aber ich hab's nur gehört ah jetzt hat's mich erwischt ja ja hast du ihn zufällig gesehen ne aber ich vermute mal er läuft uns hinterher ach ach scheiße ich werde von hinten angeschossen ok das gibt's doch nicht wo ist denn der typ ich weiß nicht weil der eine der muss ja hier links gewesen sein ne der ja ist der irgendwo oben offen ja ich wurde jetzt auch erschossen irgendwo ja wie hat er denn geschossen ich auch nicht alter ja weil ja weil